Ein Klettersteig mit tollem Panorama und dem Durchstieg in einer engen, fast senkrechten Höhle. Dabei steil und ausgesetzt mit freien Kletterstellen ohne durchgehendes Seil, wie wir uns auf dem Klassiker schlagen, das erfährst du in diesem Video. Ja, heute soll die Glocke werden. Die Stelle wird einigen bekannt vorkommen, wir stehen an einem Einstieg zum Lidenauersteig. Wer sehen will, wie der Zustieg funktioniert, der kann sich das Video von unserem gesteiternden Versuch anschauen. Komm ich rein? Nein, dann lass uns so was. Ich glaube, heute sind wir gut vorbereitet mit einem anderen Klettersteig-Set und jetzt wird es prognos. Vorher war der Versuch gescheitert und jetzt ist es auch gescheitert. Asriel, du das mutig im Vorstieg, bitte. Auf ein neues. Also, Trommelwirbel, wird das neue Klettersteig-Set drüber passen? Sensationell. Es geht. Ich sehe schon, das wird auf jeden Fall ein bisschen langsamer. Da muss man überall hin und her hängen. Ja, mit dem ist es, glaube ich, ganz was anderes. Aber es stimmt, die Dinger sind teilweise etwas weiter auseinander. Ja, da sieht man schon, das wird da schon knapp mit der Lenk. Ich weiß, was die Leute meinen. Pass auf, da hängst du doch blöd. Das ist mir auch voll. Eigentlich müsste das so funktionieren. Gewöhnungsbedürftig ist. Manche Klammern sind weit auseinander. Da ist es fast ein bisschen knapp. Darum hat der eine Dusse auch gesagt, beim Bergfuchs, dass man das ja alles ohne Set gehen kann. Ich war richtig überrascht, wenn ich mir hier jetzt ein Klettersteig sehe. Das ist ein guter Tipp für Leute, die auf den Wildern-Aussteig gehen wollen. Einfach Kassett benutzen, dann gibt es ja keine Probleme mit den Umhänger. Am Anfang ist es, wenn man schlecht ist, wenn man es genau draufkommt, dann ist es einmal der Besten. Aber es ist auch beim Einsetzen so, dass das Umhänger etwas hakelig ist. Das ist vielleicht eh gar nicht so schlecht, wenn man da ein bisschen andächtiger klettert. So, ich habe mir da einen Demagerl-Aussteig. Das ist klar, ja. Andächtig oder zweidächtig. Ja, genau. Also da fühle ich mich jetzt sicher genug, um das hier dann auch ein Eich hängen zu werden. Weiter steig. Ja, das würde theoretisch von der Große auch ein Eich hängen, wenn das Gittersteig für den Eich hängen. Richtig. So richtig hochspeckt. Ja, da komme ich hin. Ja, sensationell. So, jetzt haben wir hier eine kurze Stelle, wo man sich nicht anhängen kann. Oh, da ist ein Gämpfen-Groß. Hast du das gesehen? Diesen Power-Move. Nein, leider habe ich da die Kamera neu drinnen gehabt. Ah, da oben. Das ist schon einigermaßen eine Herausforderung mit der Länge, gell? So zum Beispiel, ich bin da sehr weit aus der Hand. Da komme ich nicht hin, da muss ich mich da dazwischen einhängen. Da ist es annähernd senkrecht, gell? Da dürft ihr sogar ein bisschen überhängen. Ich weiß gar nicht, was ich hier sage zu dem ersten Abschnitt. Ja, das ist gleich gar nicht so leihwand mit dem Umhänger. Wenn man nicht oben kommt, ist es gescheit mehr. Immer schön vorausschauend hängen, gell? Ja, die Stelle ist... Braucht ein bisschen warm Kraft. Aber ja, da kann man durchaus sagen, dass der Steig fordernd ist. Okay, ich nehme jetzt da drüben ein, da ist ein Seil. Das ist bei den Gämsen sehr beliebter, das Gämsenklo. Schon, gell? Da geht da problemlos. Da haben sie auch ein kleines Zwischenhacken. Ja, die sind ganz praktisch. Versuche ich dich so gut es geht im Bild zu halten. Ja, bitte, ich bin immer gerne im Bild. Ja, ich weiß schon. Also von den Schwierigkeiten her ist es überschaubar. Aber es ist schön da. Es ist sehr schön, ja. Genau, die Stelle war ein bisschen schwieriger. Am gestreckten Arm. Genau, am gestreckten Arm. Und dann kommen wir da am besten so, oder? Gleich mit dem Felsen nicht lange aufhalten. So, nicht richtig genauer benutzen. So. Wo stehe ich? Na gut. Ja. Ist negativ. CD. Jetzt war das da gedacht, dass man da so rumsteckt, gell? Eigentlich. Weißt du denn nicht auf dein Arsch schimmeln, sondern auf dein Gesicht? Je nachdem, was du da attraktiver findest. Ja, Lehrbuch ist jetzt anders, aber... Und da hast du auch noch mal eine Kamera. Schön einhängen. Mal haben wir das hier. Hm? Mit dem Klitea steckst du? Mit dem Finger. So. So. Oh ja. Schau, da ist ein Seil. Sag ja. Sensationell. Sensationell. Da sind wir dann schon gleich beim Einstieg, beim alten Einstieg. Ja. Ein sehr hilfreicher Baum. So, ja, das ist mehr oder weniger Gehgelände. Sagst du mir, wenn ich verschwind? Ich sag, wenn du verschwindst. Ah ja. Ich verstehe, da kann man innen und außen, gell? Ja. Das ist ja hübsch. Und da war der alte Einstieg, gell? Der Rost ist ja ziemlich erdig. Ja. Also vermutlich da unten bei dem Baum rauf, so. Warte mal. Das ist die richtige Richtung. Da ist das Teferl. So, alter Einstieg Wildenauer steig. Wildenauer, dem Erschließer der hohen Wand. Siehst du, das ist eine kleine Teferlgeklammung, oder? Ja. Das ist aber die Deckwerung. Ja. Als ich mir das weitaus höher vorgestellt. So komme ich da jetzt natürlich nicht, oder? Ich glaube. Das wäre ja zu einfach gewesen. So stecken wir einmal da her. Die sind wirklich weit auseinander. Ich glaube nicht einmal, dass ich da... Bei der ersten Sinnvolle ist es zu mir hängen. Ja? Die ersten drei, da brauchst du ja gut einhängen. Ich kann ja nachsteigen und kann das wieder aushängen. Genau. Da ist das leider unten. Ja, die Hand hast du eh drauf. Also von da müsste es eigentlich gehen. Die Armspanne geht es ja aus, normalerweise. Ja, doch nicht, oder? Ja. Die Express-Schlinge verlängert. Sehr gut. Fühlt sich jetzt viel sicherer. Na absolut. Gut. Das brauche ich bei der nächsten... Ach, gleich wieder. Soll ich dir die Echsen lassen, oder willst du es da ohne machen? Ich mag es ohne. Okay? Ich finde das so toll, dass dir die Blumen mitten im Felsen wachsen. Von der Exposition. Schön... Schön kühl. Ah, das ist das Steh. Ja. Wo leider nichts geht, gell? Wo leider nichts geht, gell? Das ist gar nicht einmal so ohne da. Das ist die Steh, wo nichts ist, oder wie? Korrekt, ja. Aber in der kann man eigentlich relativ problemlos stehen, gell? Ja, das ist... Das ist nicht wild. Na gut. Aber ja, eins plus kann man da schon vorstellen. Dass das ist. Ja, da hängt die Blumen ab, gerade auch. So wie die Dame das beschrieben hat. So wie das die Dame beschrieben hat. Aber jetzt hänge ich mich doch ein, oder? Okay, gell? So. Das ist wahrscheinlich super gedacht, dass man da runter geht, gell? Ja. Das sind eh nur zwei Griffe, bis du wieder bei der Versicherung bist. Also das ist nicht so schlimm. Na gut. Ja, also das ist einfach gedacht, dass man da unversichert runter geht, gell? Du, also wenn ich fahre, fahre ich vorbei, okay? Da glätterst du in die Sonne, das ist schön. Der Sonne entgegen. Ja, also das ist die berühmte Stelle, die man halt eben nicht gesichert ist. Und schon ist man wieder gesichert. Die Mitnahme einer Express-Schlinge. Ist gar nicht so doof. Einmal später für den Rucksack eventuell, gell? Ist keine blöde Idee. Aha. So. Ja. Ich glaube, das ist die berühmte Stelle fast schon. Ja, die ist tatsächlich nicht so ohne. Aber ich bin schon wieder bei der Versicherung. Na sehr gut. Alles gut. Dann ein Ohr von oben. Der kommt wieder runter. Ja. Wir brauchen noch ein bisschen. Danke. Aha. Ja. Ja. Also wie ein Steig zu machen war, ohne diese extra Glammern, weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin da jetzt gerade vor der Schlüsselstelle. Ja. Die schaut echt ein bisschen wilder aus. So. Ja. Das ist gar nicht so einfach, gell? Ich war weiter außen. Ja. 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 Wir machen Youtube Videos. Ich mache Youtube Videos. Wichtig? Ja. Ja. Eine Osmo ist das. Eine DJ Osmo Action. So. Jetzt gehe ich da bei dir vorbei. Ja. Dürfen wir Dich im Video zeigen oder möchtest Du herausgeschnitten werden? Ja, kein Problem, ja gerne. Wenn Du den Kanal anschauen möchtest, Flatterby. Okay. Einmal Hallo sagen? Oh, Hi! Also diese Express Schlinge wirklich, also ein Segen. Die Verlängerung ist ein Segen, gell? Ein Segen, ja. Also einen schönen Tag, gell? Komm gut runter. Lass mal. Dankeschön. Asriel, wie schaut's so aus? Das ist ganz schön. Ganz schön vorunter. Das ist, die Regenklammern sind teilweise erstaunlich rutschig, das ist da allerdings tatsächlich schwieriger. Da ist es nicht so leicht. Ich glaube, das war dann die schwerste Stelle am Steig, aber es ist mutig, das ist im Abstieg. Ja. Die Kletterstellen dazwischen. Ja, absolut. Respekt. Ich habe eigentlich diese eine Klammer, da geht's. Alles. Die unangenehmste Stelle empfunden. Aber schön ist es auf jeden Fall, gell? Super, aber wenn du jetzt raus schaust, ich will versuchen, dass ich das noch mal fotografiere. So. Ja. Gut. Ohne Set den zu Beginn. Er fährt halt schon sehr viel Mut. Willst du mich da schauen? Ah, geil. Ja. So ist er eigentlich schon voll. Du hast es erfasst. Ich bin gar nicht so blöd wie Asche, gell? So, ich bin so frei und trage uns beide ein. 15.06. Letzter Eintag am 12.06. Da. Sensationell. Panorama. Unglaublich, gell? Richtig schmeckt auch kalär. Also da. Fast senkrecht, gell? Schon sehr cool. So wie das war. Gerade und gerade, oder wie? Geht sich gerade wieder nicht aus, gell? Das ist gleich geil, einmal so ohne, he? Da, da kommt man gar nicht hin. Ja. Und da ist's. Aha, ja. Ich überleg dir tatsächlich, ob jetzt schon der Zeitpunkt ist, wo man den Rucksack runternimmt. Ich glaub schon. Wie steppert? Mhm. Haben wir keine Schande. Das sagt dir so leih. Ja. Also das ist doch sehr eng, gell? Das ist äußerst eng. Ich glaub, da wird's dann wieder leicht, ne? So. Mega Übergewichtig brauchst du da nicht sein. Ja. Eins rein ist dabei, die Grenzen des Steigers auszuladen. Ja, der Klemblock ist eng. Hab ich schon mal erwähnt. Das ist eine Express-Schlinge. Ein absoluter Segen ist in dem Steig. Da hab ich ja schon durchgekommen. Aber wenn nicht, muss den Fösen weg springen. Geht problemlos? Ja. Ich hätte einmal gesagt, ja. Hurra! Und da ist ja so ein Teitel ziemlich abgespeckt, he? So, wenn wir jetzt wieder in den Rucksack gekommen sind. Das will ich eben ausprobieren. Es freut dich sicherlich zu hören, dass mein Mikrofon noch da ist. Sensationell. So, da kann ich gerne überspringen. So, wenn wir da wahrscheinlich jetzt einmal langsamer sicher aus dem Weg gehen, he? Guck guck! Guck guck! Ja, der Klemblock hat's in sich. Ja. Ja? Nicht gut. Du kannst nur mal deinen Popo da drinnen wie der Kuhle platzieren. So, hau mal schauen, ob wir den Rucksack da durchbringen. So. Schau mal. Einmal die Aussackung. Schön. So. So. Das Mikrofon, he? Ja, genau. Scheiße. Na, das kannst du vergessen, he? Dann häng ich mich da mit der Rauchschlinge ein und verharre hier. Aber riskier nicht zu viel, ok? Ja, klar. Wie hängst du da her? Ja. Ist auch noch hängen geblieben. Ja. Nicht gemerkt. Ja. Und so gut da was gehängt. Ich meine, da kann was am Mörder klicken und ist unten bei deinem Standplatz liegen geblieben. Ja. Das ist schwierig, ne? Ich pack's nicht, das liegt wirklich drauf. Ne, sag ich das? Ja, wobei vom Steckbruch liegt, ne? Geil. Unglaublich. Das Funkmikro angestürzt und es hat scheinbar überlebt. Ja, es lebt. Funkmikro lebt. Wahnsinn. So ein Maasen musst du nicht haben. Jetzt stecken wir's aber woanders hin. Nein, nicht dort. Das ist der ganze Zirkus wieder rauf, he? Na dann. Dann werden wir ja sonst nichts zu tun haben, he? Ich häng dir den Rucksack um, eine Klammer weiter rauf, damit es dann los geht. Sehr gut. Ich glaube, da bin ich ganz brav, dass ich den Rucksack aufhalten kann. Ja. Sehr geiler Kleinblock, gell? Ja. Was hat sie gemeint? Ich glaube, der ist enger wohl? Ja. Das glauben wir auch. Das ist jetzt die Frage, wie machen wir da, he? Das klingt so. Zum Glück klemmt der Kleinblock ja wirklich. So, einmal. Zweimal. Die Steckengeburt, das ist vollzogen. Da hat der Kuh noch. Ja, da bist du vorhin. Und dann. Und so. Da steckt man voll in die Kurschen. Ah ja, wunderbar, gell? Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Ja. Eine Querung. Einen kurzen Augenblick. Ja, ja. Na gut. Da halt direkt, ne? Ja, ja. Der Ausblick da ist tatsächlich. Ja, da sitzt drüben auf dem Gebüchsleitwerk. Um es mit deinen Worten zu sagen, sensationell. Na cool. Das ist ja ein Fenster. Ja. Sehr nett. So. So. Die Blumen, die Blumen da, gell? Ja, das ist richtig cool. Das ist super. Das drunter, da aus dem Weg nicht, ist dann ein Problem, ey. Ja, den mentalen Herausforderungen gewachsen ist, sind jetzt da wirklich ein ganz tolles Erlebnis, gell? Genau, das ist der Gewichtsvereinsteig, das ist das Seidurch. Ja. 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 Und da ist Kisela glatt zusammen. Ja. Da ist die Gruppen, ja. Genau. Da muss ich weichen. Genau. Modus hat zum Ergenteil und ich spalt den Berg. Ja. 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 Und da oben ein alkoholfreies Bier, das ist wirklich Sensation. So, ein schönes Rasperr-Zotter. Mhm. Obst du ein Alkoholfreies Bier herliefern? So, da kommen wir jetzt nicht hin. Da wo ich mit der Haxe stehe, kannst du greifen. Da kann man auch greifen. Ja. Du kannst da gerne auf meinen Haxe greifen. Danke. So. Ja. Du verstehst das gleich wieder okay, oder? Ja? Nein. 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 Ja, das ist noch ein letztes Mal. Knackig. Drwind. Knackig. Nein, glauben wir ihn noch. Ja. Also ich hab da jetzt einen guten Grip gehabt. Hast du nicht gesehen, wie ich jetzt raufge Maker? So. Der Mann in der Wand. Besser als anderes Raum, oder? Das ist sogentlich. Das war ganz okay. Das war eigentlich recht griffig. Schauen wir mal, ob das so griffig ist. Ist griffig, ja. Da brauchst du nur das Kräftetreieck richtig ansetzen, dann kann der Gletscher. Ich weiß, ich muss das einem Physiker erklären. Ich verstehe es ja richtig, Peter, ganz dumm. Aber ist das geil? Das geilste Gassesteig kommt gleich jetzt. Da ist das Überkopfschild. Das ikonische Schild. Asriel, da steht drauf. Wildenauersteig, gesicherter Klettersteig. Äußerst schwierig und exponiert. Seilbenutzung wird empfohlen. Österreichische Touristenclub, Bergsteigergruppe. War sehr schön. Geil, ist auch ganz ein toller Steig. In der Ferne der Schildberg. Was tun wir noch in Wolken? Wer den Wildenauersteig durchstiegen hat, wird mit einem tollen Panorama- und Landschaftserlebnis ist belohnt. Der Blick von der hohen Wand, das war verwendlich überall gleich, aber bei so einem Wetter, das macht schon was her. Haben wir das gut gemacht? Sehr gut. Das Mikrofondrama ist erwörtet. Bergdrama. Absturzopfer geborgen. Komplizierte Höhlenbergung. Also El, wir machen uns auf zur Eichert-Hütte. Ja. Blöd, rein sie auf mit den Birnen. Alkohol freie Bier auf sie, weil du fährst. Das Video ist noch nicht aus. Es wird dann noch einen Aufstieg geben. Über den Wagenersteig. Den zwang wir auch noch her. Und wenn es wirklich nicht interessiert, abschalten und scheißen gehen. Also der Gebügtvereinsteig, Ausstieg, der war da. Wir sind froh und wir sind ganz froh, dass wir den Wilden auch gegangen sind. Was will uns diese Skulptur sagen? Jeder hat seinen Pinkel zum Tragen. Oder so. Eichert-Hütte in 15 Minuten. Der Ferdimand Nagelhaus. Ein Wald-Erdbeer-Feld, gell? Nicht mehr lange. Ein geiles, baufeuerartiges Knöckchen. Und dann tut die Höhlen, dass es so blau ist. Eine wohlverdiente Rast auf der Eichert-Hütte lockt uns, oder? Also, ich lasse es euch schmecken. Gut. Ja, ausschauen wir uns gut. Eine Portion ist auch massig, gell? Die Aussicht ist äußerst günstig, gell? Aufstiegsbeitrag. Nachlässigerweise steht da unser Aufstiegsbeitrag. Auf der Aussicht geht man doch gern zu, oder? Wir gehen auf den Abgrund zu. Wir gehen auf den Abgrund zu. Und da befindet sich der Wagner-Steig. Ja, schon ein scheines Panorama, gell? Kann man gar nichts sagen. Bitte die Versicherungen benutzen. Da ist schon durchaus, ordentlich ausgesetzt. Und man sieht's eh da, die hohe Wand ist auch da, noch eine Wand. Der furchtlose Bergsteiger. Gargoyle-Pumpf drauf. Erklärt, warum sich hier drauf probiert. Furchtlose Bergsteiger-Pose. Dies ist ein Weg, ich gehe ihn. Warum? Weil er da ist. Ja, da darf man schon vorsichtig sein, gell? Ja, eine von vielen Leitern. Ah, das ist eine Sprosse. Ist etwas... Also für nicht allzu ängstliche Kinder ist das ergegnet, gell? Was ist jetzt? Da sieht der Förster gar nicht gern. Und die Klammer reicht fast in den Kern. Wenn du glaubst, nur du kannst blöd sein. So blöd wie du bin ich schon lang. Aber landschaftlich ist der äußerst hübsch, gell? Ja. Sehr eindrucksvoll, da. Aber ja, für engstliche Leine ist halt nichts, ne? Ist das witzig? Du hast ein paar Mal ein Seil, und dann wieder kein Seil. Ja gut, da braucht man auch kein Seil. Dieser Leiter ist da vom Steinschlag auch schon arg gebeutelt. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Ja, A ist nicht immer A, gell? Warum Leute sagen, die Bewertungen sind sehr subjektiv, ne? So, der gebrauchte Leiter ist optional. Der Rollbrockerl, diese berühmten. Auf die kann man abfahren. Diese mysteriösen Trittstifte, da versteht kein Mensch. Möglicherweise bevor es diese Umgehung da unten gab. Ausreichel gibt es diesen Klammern neuen Sinn. Durchaus eindrucksvoll auch, gell? Trotzdem, die Wand. Schau, da hat man in einer markierten Stelle den Eichertsteig 3 Plus. So ein Stück rot markiert, siehst du das? Aha. 3 Plus, das brauchen wir nicht. 1 Plus hat Gereichheit. Da warst du manchmal schon finster, wenn wir gegangen sind. Todesmut, die haben uns hinabgestürzt. Wenn es finster ist, ist es immer super, weil da spielt keine Rolle, die da so ausgesetzt ist. Das ist eine geile Versicherung. Für was ist die gut? Die ist einfach gut, dass du da nicht oben fliegst. Kraxl, Maxl. Kraxl, Maxl. Bibi Gras. Bibi Gras. Videotitel. Kraxl, Maxl. Also alle Videotitel für die Videos, wo du dabei bist, sind bitte gar schön auswendig zu können. Das wird das nächste Mal abgefragt. Gehört das so? Sicher. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also man merkt, Steinschlag ist ein Thema. Das ist leider aus gewesen. Das ist grün. Also der Baum klammert sich ans Leben. Das machen wir jetzt auch. Und schau, da bildet sich ein Harz. Siehst du das? Da sind einige Leute so abgegangen und der andere so. Da hat man aber genau den Zwischenweg gemeint. Na gut. Da sollte man halt fallen, oder? Nein, kann man ja. Demonstriere ich, wenn man da nicht fällt. Da ist auch genau die Däge über die Markierung, schau. Nicht so weit runter. Nicht so weit runter. Da, 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 da. Ja, ich geh aber da jetzt um. Ja, ja. Was man gehen will, will. Lass die Zuschauer in die Irre führen. Sagen, dass du da nicht vorschriftsmäßig gehst, oder was? Ja, da kommt ja gleich wieder die Gletterpolze. Okay, die Leiter schließt sie uns heute nicht mehr für ganz. Gibt es einen schönen Aussichtspunkt. Ah, das ist nett da. Schön. Ich hab mir mal kurz zurückgeschaut. Das hätte man in der Nacht fast nicht gesehen damals. Wo ich da hinunter gegangen war und ist aber da der Pfeil. Mhm. Und die Leiter. Ja, solche Baumwuchsformen sind ja nicht durch Steinschlag erklärbar. Ja, da darf die letzten Meter am Wagen einsteigen nicht vergehen. Im Finstern bei uns damals, da hätten wir es tatsächlich noch zusammenbringen können, dass man sich da drüben in dieses Gelände verirrt. Es schaut gar nicht so gut aus, gell? Nein. Ja, landschaftlich ist es super, gell? Ja, schau. Hm? Blaue Punkte. Suchbild. Finde auch, Israel. So schwer zu finden. Wagenersteig. Trittsicherheit erforderlich, ja? Wagenersteig? Nur für Geübte? Ja, die Rinne offensichtlich hat den Verlauf des Wagenersteigs ein bisschen verändert, gell? Die Markierung ist keine Blöße, gell? Mhm. Einmal Wagenersteig, immer Wagenersteig, oder? Mhm. Also immer noch links da. Schau mal genau, wir sind da vorbeikommen heute in der Früh. Eicher Tüte für Wagenersteig, nur für Geübte. Sei es auch Toni. Eindrucksvolle Rückschau, gell? Schau mal, da oben waren wir, gell? Schau mal, da waren früher Schlangen im Wasser, sind die da jetzt immer noch? Ja, die haben sich ja alle gefilmt. Tja, schau dir, Israel. Ganz umsonst habe ich dich beim Filmen gefilmt. Ich bin nie vergeudet, das Videomaterial. Ah, das ist eine liebe Katze. Da oben ist nur, oder? Also, Israel, wunderbar, du bist recht dagegen, oder? Tolle Tour auf dem Wilder Nahr. Nichts für schwache Nerven, aber richtig geil. Ja, schließlich hat es doch noch geklappt, bei tollem Wetter, mit einem interessanten Abstieg über den Wagenersteig außerdem. Ja. Und damit hast du ja eigentlich nicht mehr, dass ich flotabber bin. Und ich bin auch so ein. Und vielleicht sieht man sich mal auf einer anderen Tour.